Hallo, wir wollen euch mal wieder gerne ein Buch vorstellen. Und zwar möchten wir euch heute mal das Buch Heilende Pilze von Jürgen Gutmann vorstellen. Und es gibt davon jetzt eine zweite Auflage, nämlich die hier. Und das haben wir jetzt auch mal zum Anlass genommen, das jetzt endlich mal zu machen, denn vor haben wir es schon lange. Und dann schreiten wir mal zur Tat und schauen mal rein. Also das Buch geht erst mal los, ganz klassisch, wie so oft, mit einer Danksagung, einem Vorwort, einer Einleitung und natürlich auch vielen wichtigen Hinweisen. Ist ja auch sehr wichtig, es geht ja hier auch um medizinische Dinge und da gibt es natürlich auch alle möglichen rechtlichen Sachen und sowas zu klären. Und dann geht es halt so richtig los dann mit den Inhaltsstoffen aus Pilzen. Sprich, was gibt es überhaupt für Inhaltsstoffe in Pilzen oder beziehungsweise eben in Heilpilzen? Ja, wie heißen die? Wie sehen die aus? Und was machen die überhaupt? Denn da wird ja oft drüber gesprochen, ja, zum Beispiel hier Terpene, ja, oder Triterpene zum Beispiel, tetrazyklische Triterpene, pentazyklische Triterpene. Was ist das überhaupt? Ja, man spricht ja oft davon, wenn man von Heilpilzen spricht, zum Beispiel über Triterpene. Oft wird auch, wenn man jetzt welche kauft, Extrakte oder so, auf der Verpackung draußen, da stehen dann so Angaben auch drauf, ja, wie viel Prozent Triterpene da drin sind und sowas. Aber viele wissen eigentlich gar nicht, was das genau ist. Und das ändert halt dieses Kapitel hier, denn es geht wirklich mal ins Detail. Was sind zum Beispiel Triterpene? Aber natürlich auch viele andere Stoffe, die ja in Pilzen so vorkommen können. Ja, Polyphenole, Lektine, Germanium geht es hier darum und Polysaccharide. Natürlich auch, ja, die guten alten Polysaccharide. Ja, man sieht, es ist ja auch alles immer mit vielen Darstellungen gemacht, also dass man so sehen kann, wie sind so die Stoffe überhaupt chemisch aufgebaut mal. Und dann haben wir natürlich halt immer viel Text eben, was diese Stoffe eigentlich so sind, ja, wo sie so vorkommen und was sie so auch so ein bisschen bewirken im Körper. Und das ist eben sehr umfangreich gemacht. Aber es sieht natürlich jetzt, wenn man hier sowas sieht, so ein bisschen so aus, oh je, oh je, da muss man jetzt erstmal Chemie und Biologie studieren, um sowas überhaupt zu verstehen. Muss man nicht unbedingt. Also es ist doch gut gemacht, auch so vom Text her dann, dass man tatsächlich auch als Anfänger oder Anfängerin da doch ganz gut einsteigen kann. Aber es ist natürlich auch für Fortgeschrittene interessant, ja, auf alle Fälle. Und hier geht es so ein bisschen eben auch noch um Zuckerverbindung, Kohlenhydrate oder hier mal die Zellwandstruktur von Pilzen wird hier ein bisschen erklärt. Also es gibt erstmal, wird erstmal eine Basis aufgebaut überhaupt, so ein Verständnis von den Stoffen, die in Pilzen drin sind eben, dass man dann später im Buch überhaupt irgendwie natürlich auch weiß, wovon überhaupt gesprochen wird. Ist ja auf jeden Fall sehr sinnvoll und sehr interessant, weil es eben so super umfangreich ist. Ja, also das findet man nicht so oft sonst in dem Umfang und in der Detailliebe eben so genaue Erklärung von diesen ganzen Stoffen. Und es ist schon wirklich gut gemacht eben, dass es sowohl eben Anfänger als auch Fortgeschrittene verstehen. Ja, hier zum Beispiel auch mal so ein Bild über die Immunstimulation durch Beta-Glucane aus Pilzen. Also so, wie wirken die eigentlich? Ja, und dann haben wir hier auch nochmal so eine Indikationsliste, so ein bisschen so eine Übersicht mit 16 Pilzen. Das heißt, bei welchen Indikationen welche Pilze eher angewendet werden. Es ist eher eine Übersicht und hier steht ja auch der sehr wichtige Hinweis, dass es eben natürlich so was dann konkret mit einem Arzt oder Heilpraktiker abgesprochen werden muss. Mit Leuten, die halt sich mit der Thematik wirklich dann auskennen. Aber es ist gut, um mal auf den ersten Blick so überhaupt zu sehen, ja was macht denn vielleicht eigentlich überhaupt Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel Depressionen hat. Ja, welche Pilze scheinen da eher die vielversprechendsten zu sein, kann man auf einen Blick hier auch mal so erst mal so sehen. Ja, also das ist erst mal so ein bisschen so der erste Teil, so eine Erklärung von Begriffen und es geht eben so ein bisschen in die Biologie der Pilze oder auch eben in die medizinische Wirkung rein. Hier geht es dann auch nochmal um Kosmetik aus Pilzen und das war dann erst mal so der erste Teil. Als nächstes schließt sich dann der Hauptteil des Buches an, nämlich die Pilzporträts. In dem Fall sind es 40 Stück eben von 40 verschiedenen Pilzen, aber es sind im Detail dann eigentlich noch viel mehr, wie man dann sehen wird. Also erst mal stellt sich die Frage, was für Pilze kann man denn jetzt in dem Buch hier so finden? Und ja, das ist sehr vielseitig. Also es gibt natürlich zum einen viele Klassiker unter den Heilpilzen, also so die so ein bisschen die berühmteren sind. Ja, zum Beispiel Lion's Mane, kennt ihr ja vielleicht auch von unseren Videos. Oder Cordyceps oder Reishi, ja, Shitake, eben so Pilze, die schon doch mittlerweile recht bekannt sind eigentlich. Dann gibt es aber natürlich auch noch alle möglichen Pilze, die vielleicht nicht so sehr bekannt sind. Also wenn ihr unsere Videos im Winter schaut, dann seht ihr ja, dass wir zum Beispiel im Winter auch ganz gerne den goldgelben Zitterling sammeln, der eigentlich oft in Büchern gar nicht so teilweise aufgeführt ist oder eben eher so als ungenießbar drin ist. Aber warum der so interessant ist, das steht hier zum Beispiel auch mit drin. Also es gibt eben hier auch so ein paar Pilze, die eher so meist eher unterm Radar so ein bisschen noch wachsen und die viele noch nicht so auf dem Schirm haben bei den Heilpilzen. Auch sowas ist hier mit drin. Und was natürlich auch sehr erfreulich ist, es ist zum Beispiel auch der Fliegenpilz mit drin, den wir ja auch hochinteressant finden. Und natürlich auch Psilocybin haltige Pilze sind drin. Also es ist natürlich auch sehr schön, dass hier eben auch diese Themen sehr vielfältig und umfangreich behandelt werden, weil es sind ja doch leider manchmal eher so Tabuthemen. In dem Buch sind sie es nicht, sondern werden hier sehr gut abgearbeitet. Ja, dann schauen wir uns mal so ein bisschen sowas an hier. So ein Pilzporträt. Also hier haben wir zum Beispiel jetzt mal direkt vorneweg hier allerlei Champignons. Ja, zum Beispiel geht es hier um Wiesenschampignons jetzt. Da haben wir dann erst mal so eine Einführung so ein bisschen und dann haben wir eine Kurzbeschreibung. Sprich in der Kurzbeschreibung haben wir halt so in Stichpunkten mal kurz zusammengefasst, was die überhaupt für eine Wirkung haben und wie die so eingesetzt werden medizinisch. Dass man mal so auf einen Blick was hat. Denn danach geht es halt sehr ins Detail, wenn man dann wirklich wissen will, warum und wieso. Dann gibt es einen ganzen Abschnitt medizinische Verwendung. Ja, da wird halt sehr umfangreich eben erklärt, bei was für Sachen das so angewendet wird. Und natürlich auch bei was für Studien sich da eben was für Wirkungen gezeigt haben. Die dann auch in Klammern hinter solchen Aussagen findet man dann auch immer Verweise in welchen Studien. Quellenangaben sehr, sehr gut. Und ja, dann haben wir natürlich auch immer ein paar schicke Fotos von den Pilzen mit drin. Wie die überhaupt aussehen, um die es hier gerade geht. Und auch natürlich wieder wie vorne, wo auch so ein bisschen die Inhaltsstoffe so mehr detailliert erklärt worden sind, haben wir auch hier noch mal die Inhaltsstoffe, wie die chemisch aufgebaut sind, kann man auch so noch mal hier anhand von Abbildungen sich anschauen. Ja, dann geht es eben auch weiter, wo wir gerade beim Thema Inhaltsstoffe sind. Die werden natürlich hier nicht nur noch mal so bildlich dargestellt, sondern auch schriftlich. Haben wir dann meist hier so eine Abhandlung eben über die ganzen Inhaltsstoffe. Dann haben wir einen Abschnitt Verwendung in der Küche. Dann gibt es so ein Abschnitt Wissenswertes. Ja, so ein bisschen Fun Facts und sowas. Und dann Geschichte. Ja, das ist ja auch eine große Besonderheit von dem Buch, was man vielleicht nicht erwartet, wenn man das Buch so vor sich sieht. Heilende Pilze. Da denkt man ja vielleicht doch eher so, ja, das ist halt eher eine medizinische Sache. Aber das Buch legt hier sehr viel Wert eben auch immer wieder auf die Ethnomykologie, sprich die Geschichte. Wie wurden die Pilze überhaupt in der Vergangenheit vielleicht schon verwendet in der Heilkunde? Und das ist natürlich eine große Besonderheit. Sowas ist echt schwer zu finden sonst auch in der Literatur. Das Thema Ethnomykologie, also Ethnobotanik ist ja auch sowas. Da gibt es auch immer gar nicht so viel. Und bei Ethnomykologie ist es noch viel, viel schwieriger. Und das ist auf jeden Fall sehr toll, weil es auch sehr ins Detail geht oft hier in der Geschichte. Ja, je nach Art gibt es natürlich mal mehr, mal weniger Geschichtliches zu berichten. Ja, dann haben wir noch natürlich eine Beschreibung von dem Pilz, wie er optisch aussieht, an welchen Standorten wir den finden können. Ja, was für Merkmale eben so auch vielleicht die Gattung teilweise hat. Und es wird auch Verwechslungsmöglichkeiten eingegangen. Wenn wir jetzt irgendwie eine bestimmte Pilzart haben, die jetzt hier im Porträt dargestellt wird, finden wir oft dann im weiteren Verlauf von dieser Beschreibung dieser Pilzart dann eben manchmal noch Pilze, die eben ja zur gleichen Gattung mit dazugehören, die eng verwandt sind. Und auf die wird dann teilweise auch noch mal eingegangen. Deswegen sind es eigentlich mehr als 40 Pilze. Ist jetzt natürlich nicht so das klassische Buch, mit dem man jetzt in den Wald oder aufs Feld oder ähnliches geht. Aber fürs Studium so zu Hause oder in der Praxis, im Labor, ist es natürlich auch interessant, das dann gleich noch mal mit dabei zu haben. Ja, so geht das immer weiter. Also hier gibt es super viele Pilze, viele, die man natürlich auch hier finden kann. Ja, die meisten davon findet man hier auch in Mitteleuropa und manche auch eher nicht so. Ja, aber die werden dann halt oft kultiviert, einfach bekannte Heilpilze. Und deswegen sind die natürlich auch mit drin. Also man sieht, es gibt natürlich hier sowohl Saprobionten als auch Parasiten als auch natürlich Mykorrhizapilze. In dem Buch, die hier beschrieben werden, alles mit dabei. Ja, das ist so der Hauptteil und der kann man wirklich so sagen, ist wirklich gut. Ja, weil er so unglaublich umfangreich ist. Da kann man eigentlich immer wieder was Neues entdecken. Ja, selbst wenn man das Buch schon auch länger hat. Also wir haben ja die erste Auflage jetzt schon einige Jahre und es ist immer wieder interessant, einfach mal da drin so ein bisschen auch mal zu blättern und mal so ein Pilz sich rauszupicken. Und meistens liest man dann doch wieder was, was sehr interessant ist und spannend. Ja, das ist so der Hauptteil. Das Buch schließt dann ab mit einem Glossar, ja, wo viele Begriffe noch mal erklärt werden. Und dann haben wir ein unglaublich umfangreiches Literatur- und Quellenverzeichnis, was sich dem anschließt. Was natürlich auch sehr gut ist, dass man da hier noch mal nachschlagen kann, was wurde da verwendet. Und die Liste ist wirklich, wirklich riesig. Also da hat jemand wirklich gute Arbeit geleistet und viel recherchiert. Und wenn man wirklich mal an dem Punkt angekommen ist, dass man denkt, man hat das Buch durch, dann kann man da natürlich weitermachen. Und sich durch die Quellen und Literaturangaben durchwühlen und das dann alles sich mal anschauen. Also da hat man dann natürlich ein Fenster, was einem noch mal ganz neue Welten öffnet. Und ja, dann haben wir natürlich auch noch ein Register am Ende, wenn man jetzt nach speziellen Schlagworten sucht, kann man dann natürlich auch gucken, wo man die finden kann im Buch. Ja, das ist so das Buch, was man da drin finden kann. Wir haben ja, wie gesagt, schon die erste Ausgabe gehabt, schon vor einigen Jahren. Und es war auch so eine unserer Einstiegsbücher in die ganze Thematik Heilpilze. Und wir haben es nicht bereut, ja, denn es ist wirklich ein sehr gutes Buch. Und es richtet sich sowohl an Anfänger, also wir können es vorstellen, sowohl für Anfänger ist es sehr, sehr gut, denn auch wenn es auf den ersten Blick natürlich erstmal unfassbar umfangreich aussieht, ja, mit vielen chemischen Formeln natürlich auch und sowas drin. Aber es richtet sich auch an Anfänger und an Fortgeschrittene. Also es ist auch sehr interessant natürlich für Mediziner, für Biologen und für Mykologen natürlich auch. Und für Leute auch, die in Geschichte interessiert sind. Also es ist eben interdisziplinär auf alle Fälle und das in einem sehr großen Umfang. Also wirklich sehr gut. Und es ist eben auch, ja, viele kennen das Buch ja auch wahrscheinlich wirklich so das Standardwerk in deutscher Sprache zu dieser ganzen Thematik. Und es ist ein Buch, was eben sehr groß ist, ne, sehr dick. Dementsprechend ist es natürlich gedacht, wie gesagt, für den Einsatz eher drin, nicht so draußen. Wir hatten es auch manchmal im Wald mit dabei schon. Es tut dem Buch nicht so gut, also es ist schon eher was für drin. Es ist kein Bestimmungsbuch, ja. Also jetzt ist nicht das Buch, mit dem man jetzt unbedingt eben durch die Gegend zieht und Pilze bestimmt, sondern eben eher ein Buch, wo man dann zu Hause die Pilze, die man eingesammelt hat, sich dann in Ruhe anschauen kann, was die so alles können und was die so alles drin haben und wie die Geschichte ist und so weiter. Also wir können abschließend das Buch sehr empfehlen. Wir verlinken es euch natürlich auch, wo ihr es bestellen könnt, wenn ihr wollt. Ja, es ist eine Empfehlung und wir wünschen euch dann viel Spaß mit dem Buch. Ansonsten gibt es hier auch noch mal eine schöne Playlist auch von uns, ne, zum Thema heilende Pilze. Also hier könnt ihr auch da mal schauen, was wir so dazu bisher gemacht haben und hier gibt es auch noch ein spannendes Video. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr in unserem Shop mal vorbeischaut und euch unsere selbstdesignten Kleidungsstücke anschaut. Also dann bis bald!